007 im Pott, die Spionageausstellung Top Secret in Oberhausen zeigt ab heute Abend eine Sonderschau. Sie widmet sich dem berühmtesten Geheimagenten der Welt, James Bond alias 007. Der Zuschauer bekommt für 12,50 Euro viele Sammlerstücke gezeigt, unter anderem die Pistole aus Der Mann mit dem goldenen Colt. Die Lizenz zum Töten hatte heute auch ein ganz besonderer Gast. Hallo liebe RTL Westzuschauer, mein Name ist Wunder, Dietmar Wunder und ich bin die deutsche Stimme von Daniel Craig alias James Bond. Und jetzt gibt's das Wetter, geschüttelt, nicht gerührt.